hallo zusammen so wir haben es mal wieder gemacht wir haben aber dort diesen wunderschönen island table tisch heraus in mutter natur geschleppt ja passend zum holz ist das natürlich auch ein wunderschöner eichenwald wo wir gerade sind passend eben zum eichenholz und wir werden jetzt hier ein wunderschönes kleines tutelfooding mit diesem wunderschönen tisch veranstalten wenn euch das gefällt dass das bloß verschwinden ansonsten hat gefahren bis dann